ich werde so beschenkt ist ja unglaublich so also dieser wunderbare eier dreikampf ja das ist eine sportart ein wettkampf den sich das zdf sichern konnte die rechte an diesem sportlichen wettkampf neben der champions league und olympia ja großartig es sind hier wichtige vorkehrungen getroffen worden wir haben für den sportlichen sachverstand heute eine sehr wichtige person eingeladen die alles genau kommentieren wird und vor allen dingen auch bewerten wird vom zdf sportstudio meine damen und herren begrüßen sie sehr herzlich kathrin müller wohnstein es ist großartig ja wunderbar so kathrin es gibt 60 sekunden zeit ja diese runde und wer in 60 sekunden die meisten eier ausgepustet hat gewinnt diese runde und damit den punkt wenn ihr sie ausgepustet habt dann bitte hier auf so ein dings drauf stülpen hier dann können wir die sehr schön zählen aber es sind nur hier mit dem trinkröhrchen es sind nur vier stück also bitte vorsichtig damit umgehen denn wenn eins kaputt ist dann was das denn zählt nicht geholfen was zum händewaschen haben wir dann auch alles klar dann gebe ich dir jetzt das kommando 60 sekunden für die die erste runde so seite soweit jungs dann an die eier fertig los 60 sekunden für andreas für volando und für alphons das prinzip des eier ausblasen sie ein ganz einfaches man macht an den spitz nehmen jeweils ein loch hinein und versucht dann zu blasen wie der alphons hier sehr filigran mit dem ei umgeht da sieht man halt der mann hat schon mal ein ei in seiner hand gehabt die anderen beiden herren gehen ein bisschen grobschlächtiger mit den armen eiern um was rolando macht kann ich gar nicht so genau sehen aber es scheint von erfolg gegrünt zu sein den hat er zwei eier aufgestritten haben und da war das ei von andreas das dritte leider kaputt gegangen das war's die deutschen eier die halten aber auch wirklich nichts aus also wir schauen mal der reihe nach kathrin wir beide also wir haben hier auf jeden fall zwei ausgepustete eier das dritte ist kam ein halb richtig zwei so alle können das sehen der rest liegt hier in der schüssel das gibt nicht mal mehr noch rührei das so viel schale drin so bei unserem freund aus österreich ja also das kann man nicht ausgepustet hier schwimmt alles voller naja das war von dem kaputten das war die deutschen eier die halten nichts aus so also auf jeden fall und bei unserem alphonse kathrin sind es doch ganz deutlich ganz klar vier eier und damit geht der punkt ganz klar da sind unsere assistentinnen vom olympischen eierkomitee die tragen das eine weg und bringen alle utensilien der herr villason ja ich mache hier mein platz entschuldigen sie schon mal ein star tenor gesehen der putzt freiwillig ein extra applaus unglaublich so liebe kathrin wir kommen zur runde zwei und da geht es ums eier bemalen genau und nachdem wir kennen das von früher man kann diese ostereier warum bemalt man eigentlich ostereier das ist schön aber es natürlich sehr unpraktisch in der handhabung weil die dinger immer weg holen und dann so klein und mit filzstiften früher man hat ja immer bunte finger und deswegen haben wir uns gedacht für die etwas grobmotoriker unter uns nehmen wir mal das sind echte straußeneier die jetzt bemalt werden und zwar jungs wie ihr wollt es geht um den künstlerischen ausdruck hinterher wer es am schönsten gemacht hat überraschenderweise einen punkt ihr habt leider nur 60 sekunden zeit überlegt euch gut was ihr draufmalt ganz kurzer hinweis herr villason ist hier ein bisschen im vorteil könnte man vermuten weil er ein hervorragender maler und zeichner ist mal gucken kann aber nichts nicht alle pinseln nass hat das einen vorteil ja natürlich alle pinseln ja ja so also 1 2 3 4 5 6 verschiedene farben und an die eier fertig los dann wollen wir mal schauen ob hier ein picasso unter uns weilt vielleicht auch ein cesanne oder ein monet als uns schubeck entscheidet sich für die muster variante und haut erst einmal ein paar rote streifen auf bei andreas gaballier habe ich den eindruck das wird entweder wird das kamen nebel oder er wird es selber es steht noch nicht so ganz fest die roten haare machen mir sorgen kann und rolando ist glaube ich der künstler unter uns eher abstrakt noch nicht so genau zu erkennen das ist wahrscheinlich ein teil seiner lebensgeschichte die uns da irgendwie auch dieses straußenei bringt mit die minute ist um und wir gehen schauen kathrin ich werde alles jetzt wir beginnen bei herrn villason ist mein ganzes ein wo du dich bist kann ich auch nackt so wie die blühe hallo 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 leute waren kathrin der bischau jawoll großartig sehr schön wunderbar gibt es nichts dazu zu sagen und das hier mir hat mir hat nur die schwarze farbe für deine schwarzen beinchen gefehlt gefehlt ja kein schwarz jetzt blau genommen aber schön das bin jetzt ich naja ich habe mich bemüht ich sehe das ganz schön ach gott ist so süß und ich bitte dich erst mal die meiste farbe verbraucht ja das kann man sagen wenn wir das auch bitte von nahen sehen können bitte sehr ja all von was wolltest du künstler uns damit sagen das frage ich mich selber keine ahnung aber ich habe zumindest 100 meter farbe verbraucht das ist super so wie beim kochen ja die soße ob die schmeckt die schmeckt das ist von der farblichen kombination komposition einfach wirklich sehr gelungen finde ich also dafür kannst du richtig was aufrufen glaube ich auch ja es ist so was abstraktes dafür zahlt man versteht es nicht und wir entscheiden uns denn jetzt meine rolando hat also das fällt mir künstlerisch am besten der rolando hat natürlich also den wie soll ich sagen den überraschungseffekt auf seiner seite und ich glaube dass dem publikum das auch sehr gut gefallen hat dieses ein nachdem auch der andreas der andreas so süß der andreas hat gemalt wie ich in der zweiten klasse so ähnlich ja und es ist ein echter gabarier immerhin ich kann mich ehrlich gesagt kamen wäre es okay wenn wir jedem einen punkt geben weil es einfach wirklich klasse finde ich bin sehr dank aber gut jeder kriegt einen wirklich verdienten punkt ja freue mich dass der der schiedsrichter hier so freundlich ist jetzt genau so unsere bunnies tragen auch das wieder hinaus so und jetzt kommen wir zur dritten und damit auch alles entscheidenden disziplin unseres dreikampfs und jungs jetzt euch noch mal ein bisschen schonen jetzt geht es ein bisschen an die kraft also jetzt wollen wir eischnee schlagen das heißt wir beide nicht ja aber die jungs sollen das machen wir haben zwei eiweiße in eine schüssel gegeben da muss der alphons jetzt mal kurz helfen weil ich möchte aus dem heutigen abend auch irgendwas mit nach hause nehmen schüssel kalt sein und man ist so wenn man es man gibt immer kleine prise salz hinein dann schlägt das eiweiß besser und wenn jetzt der tropfen öl drin ist dann jetzt ganz schwierig ich habe mal gelernt mit zucker wird es nichts mehr ich habe nur ich habe nur auf den alphons gefällt der zucker braucht länger bis es löst salz löst sie schneller hast du gewerkt die beklauen sich gerade ja bei dieser disziplin ist uns der alphons ja auch einiges voraus da bräuchte ich jetzt rein theoretisch den videobeweis den haben wir noch nicht eingeführt tatsachenentscheidung ich habe es nicht gesehen okay gut so jungs ihr habt die wahl zwischen einer handelsüblichen gabel einem schneebesen und wie nennt man dieses andere gerät da weil ich immer soßen jetzt mal gespannt eigentlich müssten wir sagen der alphons der kriegt zehn sekunden abgezogen der profi ist aber ihr habt die prise salz habt ihr den entscheidenden vorteil ich glaube ihr nehmt jeder ein anderes werkzeug ich bin sehr gespannt und sagt an die eier fertig los auf der nächsten seite meine damen und herren sehen sie natürlich den experten alphons schubeck der vermutlich nicht mehr so häufig in seinem leben ein eiweiß aufschlagen muss weil dafür hat er natürlich die menschen in seinem geschäft wie das zu ihnen erledigen rolando hat gerade einen krampf in seinem rechten arm bekommen und andreas schlägt sich wenn ich das richtig sehe sehr sehr gut der eischnee von andreas schon fast steif und es ist noch eine knappe halbe minute zu schlagen das ist noch eine knappe halbe minute zu schlagen auf der suche nach dem richtigen potenzial beidhändiges schlagen kann natürlich ein vorteil sein muss aber nicht zum zielführen mit drei sekunden das ist schon aus ok zu rolando trau ich mich fast nicht mehr hin im grunde geht es darum also ich traue mich also ja 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 hey meint war sagt du kamen hier bei dir super bei alphons ja ja bei dir bleibt auch hier hängen oder bei dem nicht aber hast keine gabel nee also ich kann keine so großen und keine großen unterschiede feststellen zwischen euren geschlagenen habe ich gar nicht im blick wie die schüssel um rolando bitte nein die schüssel die schüssel the bowl turn it around ja es schwer noch machen jetzt gibt diesen mann den punkt du bist für den sport dieser verständnis so ich lache mich gerade hier schlappt kann so also meine damen und herr ich kann erst mal nur sagen das war der dreikampf des jahres es ging dabei um die ehre auf jeden fall ich weiß nicht meine liebe kathrin du kannst probieren ich sehe keinen großen unterschied bei diesen nach salz das ist alles aber es ging ja darum wie fest es in mädchen nach mozart aber sie sind alle gleich oder an jedem punkt also da muss ich ganz ehrlich sagen alphons das hätte mir jetzt so nicht gedacht oder dass die herren das so gut hinbekommen wirklich gut so damit steht jetzt wie es steht rolando bekommt der zeitpunkte insgesamt andreas hat auch zwei punkte und der gewinner des heutigen abends mit der höchstzahl von drei punkten ist alphons so und sie sehen schon meine damen und herren der gewinner der gewinner darf heute mit seinem bunny ein eierlikör trinken und vielleicht danach noch ein schönes buch lesen mal gucken aber auf jeden fall hat es unglaublichen spaß gemacht und ich finde das zdf täte wirklich gut daran diesen wettkampf weiter zu beobachten und vielleicht dann doch ins laufende programm im sportstudio aufzunehmen wir haben unser fachbare quoten ich bin mir ziemlich sicher es war sensationell bedanke mich bei rolando villason bedanke mich bei andreas caballet und natürlich bei unserem freund alphons schubel vielen dank kathrin sehr gerne spaß gemacht und wir bleiben natürlich ganz eng am thema ostern l den dr Untertitelung des ZDF, 2020